Hier ist ein Verbandskasten. Alter, was hat der gemacht? Oh, ich muss nachladen. Vorsicht, Püte. Jetzt kommen sie. Sauber. Ruhi. Okay, gleich vor uns. Ziemlich nah. Ja, immer nix. Ah, jetzt. Ah, ja, okay. Rechts von uns und die können dann gleich als nächstes gehen, ne? Mhm. Sind das Köder? Ja, der Zache. Zwei Köder, die knallen mal ab. Ne, vier. Hatte mich tatsächlich noch gebissen, die Sackratte. Oh, ja. Warte, wir laufen ihn auch. Au, aber wie immer. Wir sind dann auch gerne, ne? Wenn du zu viel Waffen hast. Mhm. Weil so ein großes Magazin es dauert. Warte, warte. Haben wir ja Munition? Nee. Warte. Das war weiter weg, die Schüsse. Da drin. Ey, ne Schlampe. See und die Schüsse. Tops. Ist so ein Art commitment. Munition. Bei mir draußen. Geizehälter. irgendwie jetzt nicht kompakt munition kann ich nicht aufheben ach du hast du hast das grammophon angemacht ich dachte was ist denn das für ein zingsang warte mal da war doch links hier rechts mann näher da das ist schon weg ach so dann ist hinten links noch was oder hier rechts dadurch an der hütte vorbei kann ich nicht nehmen ach das wolle ist doch ein bisschen doch ein bisschen Oh, doch. Oh, warte. Zwei Fliegenschlampen auf 12 Uhr. Oh, siehst du. Ah, du willst es abknallen. Oh. Okay. Hat der andere schon Munition gekostet? Mhm. Was noch? Ich habe gedacht, aber ich habe die Fähne. Ähm, Minichorden noch. Oh, ich habe Munition. Wir müssen aufpassen, wir waren nicht mehr so weit entfernt von den Schüssen. Wir müssen ja durch, ja? Soll ich auflassen oder ich mache zu? Das ist beim fiesen Fettsack hier, oder? Die Kenne ist unschlecht, halt. Mhm. Aufpassen. Oh, ich habe mich nicht mehr. Oh, scheiße. Kasten. Gut. Ne, er stampft da noch rum. Da ist er. Ich bin schon. Ich bin schon. Okay. Der hat den Arsch zugemacht. Bei uns. Bei uns sind drei, vier Zombies. Aha. Die stechen wir mal ab. Ah, der war cool. Den haben wir an der Zange genommen. Double Action. Mhm. Okay. Soll ich das mal umgegucken? Ich habe ein Magazin voll, aber bloß sonst noch sechs Schuss. Aber wir werden schon welche finden. Sehr schön. Und da hinten. Ich glaube, wir sind auch dann schon im Spinngebiet, oder? Ja, wir sind mit dem Spinngebiet. Ja, wir sind mit dem Spinngebiet, oder was? Siehst du, auf der anderen Seite noch ein Ding zum Abholen? Ich sehe nichts. Komisch. Noch da? Na hier, bei uns. Aber ist das noch schlechter, oder? Warte, stech mal ab. Warte, sag dir drei. Vier. Und hier geht's weiter. Okay. Die haben wir schöne, kalt gemacht. Auf. Auf. Okay. Ich mach Tür zu, alter. Ja, tschuldigung. Das müssen wir auch immer machen. Sonst schleichen die hinter uns rein und schießen uns ins Kreuz. Oh, Munition. Sehr schön. Der Rift ist zu. Prima. Das war die Spinne, siehst du? Aber ich hab das nicht mehr für einen schlechter gesehen. Ich weiß nicht. Was machst du da? Biegen lernen. Ja. Jetzt guck ich doch mal. Da ist was. Okay. Ne, das ist Spinne. Warte mal. Einmal mehr rum. Müsste ich eigentlich, genau. Jetzt guck ich Richtung schlechter. Such da. Hast du was? Hast du was? Okay. Ja. Diese Richtung. Ja. Schlechter. Es sind ja keine Spieler mehr oder was ist hier los? Oder sind die zu faul zum Suchen? Ja, da vorne. Ah, okay. Ja, genau. Dann sind wir wieder auf dem schlechten Blut. Aha. Oder warten die nur, bis wir vorbeikommen, um uns abzuknallen. Ah, nimm mal gleich die Rechte hier. Ja. Linkswahl irgendwann. Warte mal. Cool. Ja. Warte. Ne, willst du noch viel schlechter sein? Also, da oben auf dem Hänger steht so eine Spinnenschlampe, äh Fliechenschlampe. Wo? Na, da hinten. Auf dem Wackgong. So, dann müsste da schlechter gleich hier sein, schätze ich mal. Ja. Oder? Ja, genau. Links. Ja. Ja, da hinten. Oh, Munition. Ja. Wollen wir hier hoch? Ja. Hier ist er. Abdo, bitte euch irgendwo rum. Da ist er. Oh, er will mich anfackeln. Oh, ich bin nicht. Lösch dich. Oh, ich brenne auch. Oh fuck, jetzt rieb hier aus mir noch. Warte. Ich lenke ihn ab. Mit Schüssen in den Hinterkopf. Oh. Hier ist dein Verbandskasten. Alter, was hat der gemacht? Oh, ich muss nachladen. Also, ich bin tot, ne? Ja. Ich helfe dir dann. Ja, du tust hier gerade bei mir hoch. Die liegt gerade bei der Treppe unter dem. Echt? Nee. Das schweint hier hinter mir her. Bist tot oder was? Nee. Die liegt bei der Treppe. Man, noch ein Schuss. Jetzt schmeißt er hier rum. Glaub, du konntest mir noch mal wieder überleben. Meinst nicht? Natürlich. Was? Wieso kann ich dich nicht mehr wiederbeleben? So lange geht er halt. Ach so? Ach du Scheiße. Oh nee. Da läuft wohl eine Zeit ab. Ja. Warum hast du nichts gesagt? Brauch ich doch. Was hätten wir eh nicht geschafft. Wie soll ich es schaffen, wenn der mir hinterher rennt? Ja. Ihr wärts ja auch schönes Medikit gewesen. Ja. Reibst du noch richtig rein? Wollt's gar Sorgen, ey. Wollt's gar Sorgen, ey. Ich hab gedacht, da schleicht einer. Ja. Aufs Bauch. Ja. Aufs Bauch. Du hast doch gesagt, ich bin tot. Ich liege an der Treppe. Ja. Ich hab's ja gehört. Aber ich wusste ja nicht, dass du nie wieder zurückkommst. Was bist du? So, dort muss ich hin. Bin ich gespannt. Ob ich trotzdem auf einen Unfall. Wahrscheinlich nicht, wenn ich uns hier rausbringe. Ja. 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 Ich müsste doch richtig sein, oder? Ja. 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 Ich muss weiter rechts. Ich bin nochmal in Richtung dem Feuerdorf. Was solltest du eigentlich richtig sein? Ja. 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 So eine Fliehenschlampe, oder? Oh, Köter! Alter, das volle Programm hier. Du hast es nützlich. Ich dachte, die Köter sind noch mehr hart. Oh, Munition. Alter, ich bin nervös. Vorsicht, Köter. Jetzt kommt der Dauber. Ruhig. Mann. Diese Drecksköter. Der wollte es auch noch mal, Popo. Du musst noch rechts. Warte, ich muss nachladen. Habe ich ein Medi-Pack dabei oder sowas? Einmal noch. Was ist das? Eine Kifft-Spritze oder ein Spritzer? Das war, glaube ich, eine Kifft-Spritze. Ach, scheiße. Okay, der Weg ist okay. Vergiss nicht, der Jäger ist nicht noch. Da bist du richtig, da ist das Feuer. Ja, da musst du hin. Okay. Das ist von dir. Licht. Wenn du jetzt der 12-Kauter guckst. Alter. Irgendwo hier, ich krieg das. Da stand's ja. Achso, wohin? Da in die Richtung. Ja, ja, genau. Die stech ich ab. Da hinten ist es, ja. Ich bin vorher die noch weggenommen, bist du safe. Der hustet. Clever, was? Na? Clever. Er sieht mich, Gamer. Huuu. Getwittelt von Schlecht, jetzt bin ich gespannt. Na, ich erst. Aber ich denke, man hat es da nie geraft. Na, klar.